Riesenkiste von Janjatovic und die ganze Spielerbank juckt auf und alle gehen zu einem. Eine Riesenkiste, endlich er drückt ab aus 20 Metern und er haut sie in den Arm. Wir spielen Janjatovic. Was für ein Tor! Klasse! 1-0 St. Gallen Janjatovic. Es ist Zeit. Meine Erfahrung an euch weiterzugeben. Ich freue mich auf euch. Bis bald in Falken.